Moin moin in der Computerstube an der Schwentine. Wir haben gestern sehr lange gespielt, heute ist Horde. Ich habe noch eine Aufgabe gelöst. Was ist denn ein Blatt zurück? so nochmal hier rezepte ich bin auch noch 64 aber das wäre mir zu viel machen wir mal so 33 noch dazu so so Was ist das? Was ist das? Ja, ich muss auch nochmal sehen, dass ich dann meine Punkte irgendwie auffülle, aber ich glaube, das sollte ich lieber mit der Horde machen. Den kannst du haben, den kannst du haben, den kannst du haben. Den kannst du haben, da kannst du mal alles haben. Okay. 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 Ich glaube, es geht nicht so gut. Peace be with you, my friend. Friend, I'm in trouble. Would you consider helping me? To Godspeed. Ja, ich gehe noch mal kurz nach Hause mitlaufen. Ich lasse mal kurz auf. Die ersten drei lasse ich mal alles da. Ja. 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 So... Das Maussmann kann zurück. Der Zuckerwaffe kann hier hin. Das Kaffeepulver kann hier hin. Manche behalten. Manche. Manche. Die möchte ich mithaben. Auch das Blei. Dafür kannst du das behalten, das behalten. Messen kannst du hier auch schon mal wieder kommen. Klebebänder. So. Du kommst jetzt. Blei. Du bekommst hier nochmal Thunfisch. Thunfisch. Verhalten. Die kann ich mal alle mitnehmen. Knochenmesser. Knochenmesser. Klauthammer. Knochenmesser. Das kann hier hin. Das kann hier hin. Pflastersteine. Leder. Kleber. Sand. Wind. So. Ich hätte gern. Geschossspitzen. Fertige doch schon mal. So. Aufs Fahrrad. Zu meiner Kiste. So. 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 Ah, ich glaube, beim anderen war da noch ein Kaufautomat. Da ist noch ein Grundstofffass. Da ist ein Fass. Fass. Da ist noch ein 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 Fass. Der ist noch ein Fass. dann machen wir was anderes ich wollte noch hier ein punkt reinsetzen weil dann kann ich jetzt vom landleben fertig machen mich ja egal zwei bauanleitungen so So, hier ist eine MNP-Karte. Das ist noch eine Wasserflasche. Okay, einen Kochtopf mitnehmen. Stopp. Das ist doch nur Holz. Das ist doch alles. Das ist doch nicht so. Das ist doch nicht so. Patronenlösen. Ich bin hungrig. Ich muss einen Penne eintauchen. So, ich sollte noch meine Hordenbasis wieder als Wegpunkt setzen. Hm? Ja, meine Ausdauer ist schon wieder am Ende. Danke Gott, hier ist die Reward. Danke. 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 So, jetzt muss ich mal ein bisschen aufbauen. Die können mal nach Darm, anstatt das nehm ich mal Stein-Axt. Ja. Das war's für heute. 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 So, ein bisschen zurück. Das war's für heute. 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 Das scheint es gewesen zu sein. Ich will in die Stadt. Ich will in die Stadt. Das habe ich noch nicht durchsucht. Das habe ich noch nicht durchsucht. Ich brauche wirklich nur dieser Straße zu folgen. Da bin ich in einer anderen Stadt. Da bin ich in einer anderen Stadt. So, nochmal die Autos durchsuchen. Jetzt müsste ich die Straße gleich den Bogen nach rechts machen. Da bin ich in einer anderen Stadt. Da bin ich in einer anderen Stadt. Ich würde da fast jede andere Farbe draus sehen, aber nicht schwarz. Ich würde die Beschriftung noch nicht machen. Da bin ich in einer anderen Stadt. So, ich gehe jetzt in die fünfte Woche. Ich sage mal so, bis auf Woche zwei haben wir ja fast alle Wochen gut gemacht. Jetzt bin ich in einer anderen Stadt. Jetzt bin ich ja langsam so weit ausgerüstet, dass ich gut vorankomme. Jetzt bin ich in einer anderen Stadt. Jetzt bin ich in einer anderen Stadt. Jetzt bin ich in einer anderen Stadt. Hier ist der Händler. Hier ist der Händler. Hier ist der Händler. Leute. Da könnte ich mal wieder die andere Axt nehmen. Dann kann ich mir mal gucken, was ich daraus machen kann. Schlafsack. Die Maier ist richtig frei weg. Moin. So. Dann brauch ich... Sachen aus Holz. Könnten wir mal ein paar Türen machen. Du sollst die fünf Kisten... Na? Nein, genau dazwischen. Da sieht sie auch gut aus. So. 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 Und was kann ich denn aus Steinen machen? Steine. Ja. Lagerfeuer. Gleich daneben. So. Habe ich noch einen... Korktopf? Ja. Kann er schon mal rein. Oh. Jetzt bin ich hungrig. Das war die Leiter. So, Essenskiste. So, mit Pflanzenbau und dann kommt dabei sowas raus. Ich würde das auch gerne behalten. Kaffeeprüger. So, darüber kommt persönliche Ausrüstung. Spaten. So was. Patronenhülsen. Ach, die sind wieder mit einem Raum gebaut worden. Naja. Materialien. So, Kerzenständerbruch ist auch nicht ständig dabei. Nägel auch nicht. Das ist doch schon mal schön. Wie ist der Träger? Ich war erst einmal hier. Ach, antwortest du mir nicht mehr. Zement, muss ich auch mal reingucken. Ja. Einmal reingucken. Ja. Ich muss noch kurz ein bisschen gucken, wo ich noch was finde. was ich dir verkaufen kann. Den kann ich dir verkaufen. Und das kann ich dir verkaufen. Ja. Dann würde ich dir was zu lesen haben wollen. Aber nicht das, was ich dir gerade gegeben habe. Den kenne ich auch schon. Den kenne ich noch nicht. Gratitude and safe travels, friend. Ja. Also ich muss die eine Seite, also auf der ersten Seite habe ich keine Einser mehr. Auf der ersten Seite muss ich langsam die Zweien suchen. Hast du Aufwand für mich? Ich bin in eine kleine Begegnung. Oh, danke sehr. Ich werde es für deine Zeit machen machen. Ich mag keine Runde. Ich werde es für mich. Ja. Das ist schön. Da bist du. Da bist du. Oh. Ich muss ihn mit 18 Patronen. Oh. 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 Ich brauche eher die 3. Oh. 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 Ja, ich sollte innerhalb dieses Kaiserskraben. 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 Ja, ich würde sagen, das war es für heute. Den bringen wir am nächsten Tag zurück. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Video, äh, einen Daumen nach oben da. Also, ähm, abonniert den Kanal. Und ich hoffe, dass bis zum nächsten Mal nicht allzu viel, was da die Schventine runterläuft. Und Tschüss.